Hier präsentieren wir die 5 beste Wasserkrug-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Pasabacke Bistro 80119 Krug-Glas-Krug Wasserkrug. Dieser Wasserkrug aus Kristallglas mit Rautenmuster passt zu jeder Einrichtung. Der Henkel ist lang und bequem. Der Krug besteht aus Kristallglas, das sowohl spülmaschinenfest als auch besonders bruchsicher ist. Das Volumen der Füllung beträgt 1,5 Liter. Das Leergewicht des Kruges von 1,52 Kilogramm verleiht diesem Produkt ein hochwertiges Aussehen. Zu beachten ist jedoch, dass diese Wasserkanne nicht für Heißgetränke geeignet ist. Säften oder selbstgemachter Limonade verleiht er jedoch ein hochwertiges und exklusives Aussehen. Die Lichtbrechung und damit die Farbintensität von Säften und Getränken sind durch das elegante Design und die Malweise des Wasserkruges besonders ansprechend. Nr. 4. Lominac A70361 Quadro Krug Kühlschrankkrug mit Deckel Dieser Wasserkrug aus Glas hat ein traditionelles, zeitloses und funktionelles Design. Der Klassiker hat einen robusten Griff und kann bis zu 1,1 Liter fassen. Darüber hinaus kann der Wasserkrug in der Spülmaschine gereinigt werden. Das Material kann aufgrund seiner hervorragenden Qualität sowohl mit heißen als auch mit kalten Flüssigkeiten befüllt werden. Die Wasserflasche lässt sich aufgrund ihrer kompakten Masse auch gut in jedem Kühlschrank aufbewahren. Sie ist perfekt für den täglichen Gebrauch. Diese Wasserflasche ist schlicht und unkompliziert, ohne zusätzliche Funktionen. Lediglich die Ausgießeraussparung erleichtert das Ausgießen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer Dritter WMF Basic Wasserkaraffe sät dreiteilig Obwohl die WMF Basic Wasserkaraffe nur 1 Liter fasst, ist sie mit einem 360 Grad Verschluss aus Silikon und Edelstahl ausgestattet. Beim Einschenken öffnet und schließt sich der dicht schließende Verschluss automatisch. Ein Sieb verhindert, dass Eis und Früchte durchfallen. Kalte Getränke lassen sich dank der großen Öffnung leicht einschenken. Die Wasserkanne ist äußerst einfach zu reinigen, da sie spülmaschinenfest ist und der Deckel schnell abgenommen werden kann. Das Design ist durch die Fruchtspirale optisch ansprechend gestaltet. Das traditionell attraktive Design der Wasserkaraffe liegt angenehm in der Hand. Das traditionell schöne Design der Basic Wasserkaraffe liegt angenehm in der Hand und passt in jeden Kühlschrank. Nummer 2. Bohemia Crystal 093-006-0577-Achskrug circa. Ein hitzebeständiger Glaskrug mit einem Kunststoffdeckel und einem Eiseinsatz. Der Bohemia Crystal Wasserkrug. Der praktische Eiseinsatz, der mit Eiswürfeln gefüllt ist, hält Getränke wie Wasser, Schorlen, Eistee und Säfte vor allem in den Sommermonaten länger kühl und frisch. Gleichzeitig schützt der Kunststoffdeckel die Flüssigkeiten vor äußeren Einflüssen und die Eiswürfel bleiben beim Einschenken in der Kanne, sodass ein unbeschwerter Trinkgenuss möglich ist. Außerdem fasst der Wasserkrug bis zu 2 Liter. Da sich der Eiswürfeleinsatz leicht herausnehmen lässt, ist die Wasserflasche zudem Spülmaschinen fest und leicht zu reinigen. Und die Nummer 1 unserer Liste, Dujust Glas Kaffee mit Deckel 2 Liter. Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Wasserkrug aus Glas mit einem Sieb und einem Deckel aus Edelstahl. Dies ist ein robustes, hitzebeständiges Material, das Temperaturen von minus 30 C bis 150 C standhält. Der Edelstahlfilter hat eine zeitlose Form, die den Brei oder Tee perfekt herausfiltert. Der Griff ist gut ausbalanciert und liegt angenehm in der Hand. Das Zusammenspiel von Edelstahl und Silikon sorgt für einen sicheren Sitz. Da der Filter leicht abnehmbar ist, ist der Wasserkrug spülmaschinenfest und leicht zu reinigen. Ein Reinigungsset ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Der Wasserkrug ist mit seinen 1,5 Litern Volumen relativ kompakt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.